Gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung Ein Statement von Frank Heinrich. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag bei der CDU und Vorsitzender des Vereins Gemeinsam gegen Menschenhandel. Einen schönen guten Tag. Frank Heinrich, mein Name. Ich bin Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender von Gemeinsam gegen Menschenhandel. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass Menschenhandel in Deutschland, nachdem die Sklaverei ja eigentlich abgeschafft ist vor einigen Jahrhunderten, tatsächlich in dem Maße noch präsent ist. Ganz besonders im Bereich der Prostitution. Und seit ich das beweis, seit ich, dass mir bewusster geworden ist, setze ich mich dafür ein, dass diese Information weitergeht. Der Spiegel war hilfreich, als er vor wenigen Jahren titelte Deutschland das Bordell Europas. Da wurden Augen, Licht drauf geworfen. Inzwischen braucht es noch weit mehr. Inzwischen glauben es und wissen es mehr Menschen. Aber wir brauchen noch eine klarere Wahrnehmung, welche Problematik tatsächlich in unserem Land und von unserem Land als Botschaft ausgeht. Und da braucht es Ausstiegshilfen. Da braucht es Gelder niederschwelliger Art der aufsuchenden Arbeit. Da braucht es Gesetzesveränderungen, wo der Staat auch bereit ist, der Problematik tatsächlich gerecht zu werden. Bis hin zu, dafür bin ich inzwischen ein Befürworter, eines Sexkaufverbots, um tatsächlich dem bestmöglich gerecht zu werden. Darüber wollten wir in dem Kongress reden, den wir jetzt nicht haben können. Aber wir werden weiter kämpfen und wir brauchen Sie dazu mit, als, man kann es so sagen, als Mittäter. Dankeschön, dass Sie dabei sind. Der Kongress gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung findet vom 29. Mai bis 1. Juni 2022 auf dem Schönblick statt. Weitere Informationen siehe www.schönblick.de slash Menschenhandel www.schönblick.de